Hallo. Mich schieben. Er hat keinen Plan. Doch. Ich hab'n Plan. Weißt du? Der Plan ist nämlich... Das hab' ich mir vorhin gebaut hier. Ah. Und dann weiß ich, dass wir hier hin müssen. Was? Äh... Hä? Was zur Zeit für... ...müssen wir hier hin. Du hast schon einen Plan, Hände, oder? Ja. Und dann gehen wir hier links rein. Oh, lol! Lol! Loll! Und dann können wir hier hoch. Leute! Ich hab' nicht dran geglaubt. Niemand hat das. Ich hab' nicht dran geglaubt, dass wir jemals wieder nebend rauskommen. Ich weiß nicht, wo's zurückgeht. Ja, wir brauchen Dani nicht. Okay, danke. Richtig. Ich hab' 20 Diamanten. Ja, wir haben von Hände noch 20, ist okay. Von der Mensch hat mir eine eigene Rüstung. Ohhhh. Ohhhh. Der ist hier die einzige mit ner Rüstung, Leute. Merkt ihr es schon? Äh... Wo bist du denn hingelaufen? So, äh... Wo sind wir jetzt? Äh, müssen wir... Also die Schirmberg, ich könnte jetzt übrigens doch... Äh... Hier. Ich hab's, glaub ich. Habt ihr's gefunden oder muss ich jetzt noch hochkommen? Ja, hab ich. Hier ist der Crafting Table, bei dem ich eben gesagt hab, dass es ein Artefakt des Höhlenbaus ist. Und dann hier einmal rechts rum. Und, äh, hier... Und dann Aua! Und... Ich renne! Dann lauf mal! Leute, ihr müsst so schnell rennen, ne? Wieso müssen wir so schnell rennen? Weil hier draußen alles los ist. Oh. Dani ist zu Hause, lol. Oh! Wie? Wie ist sie zu Hause? Alter! Wie hat sie das denn geschafft? Sie ist auf dem Berg geschlosset und hat dann das zu Hause gefunden. Der nächste Creeper. Hat sie sich einfach rausgebuddelt? Ja, ihr habt doch Angst vor Spielen. Okay. Sie hat, äh, einen Ausweg gefunden. Ach, scheiße. Weil ihre Spitzhacke ja kaputt war. So, Freunde. Gehen wir dann mal bitte schla... Ah, ne, es wird grad Tag, ne? Es wird grad Tag, ne? Es wird grad Tag. Es wird grad Tag, ja. Außerdem bin ich noch gar nicht wieder oben. Willi, ich hab nen Spinnzahn. Ich bin dafür, wir bauen diesen Block einfach mal ab. Geil. Mit dein Schleim. Hier, nimm einen Rotz! Püschicke! Äh, eh. Eki rennt da durch und kriegt erstmal so'n Rotzeklumpen. Ja, danke. Aber ich hab noch ne zweite gute Mühle gefunden, wo wir nochmal reingehen können. Ich hab Rotzeklumpen. Du hast den Spinnen. Du hast die Spinnen gebraucht. Ich geh nie wieder in den Höhlen rein. Ich hab Spinnzahn. Wieso nicht? Du bist doch rausgekommen. Hm. Hä? Was sind... Hä? 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 Und du meintest, du gehst nie wieder in den Höhlen? Ja, ich mach ja nicht. Ja, aber warum nicht? Weil das nicht in meinen Plan gehört. Du hast keinen Plan. Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Ah, ich ordne das mal hier im GZ. Oh, Dani, das gibt von mir einen fetten Applaus. Warum? Weil Dani die Kisten ordnet. Hast du gerade Dani und Fett gesagt? Das hab ich schon dreimal gemacht. Das hält nicht lange. Ja. Gibt's hier eigentlich irgendwo auch... Wo kommt ein Zeugs überhaupt hin? Weiß nicht. Momentan sieht das so aus, dass ich gucke, in welche Kiste was reinpasst und dann legt das dann einfach rein. Wir haben jetzt zwei Emirates, 48 Diamanten, 24 Gold und noch 15, welches geschmolzen werden muss. Wie macht man eigentlich nochmal eine Leine? Nee, 26. Achso, ja. Wie positioniert man die nochmal? Wie positionieren was? Eine Leine? In die Mitte kommt, glaube ich, ein Slymon außenrum. Also oben so in einem Dreieck, glaube ich, Sticks und unten in die Ecken. Ein Faden. Nee, das ist, glaube ich, noch mit Fäden. Habe ich aber auch noch nie gehört. Faden? Bei mir. Ja, mit Fäden. Fäden nicht. Ja, dann oben so ein Dreieck mit Fäden und unten noch schon. Ich bin gespannt, was du da drauf schreibst. Faden. Hör auf. Ich hab doch gar nichts gemacht, jetzt hast du es nicht fertig geschrieben. Wie so das eigene Essensküsse. Ich meine, ist vielleicht auch der Kammer, aber... Naja, du brauchst ja Eisen für deinen Bluthaushalt, Juni. Ich würde nicht unbedingt nur Pua essen. Oh. Wie viele Hunde haben wir denn? Drei. Einige. Okay. Dann haben wir da noch Platz für noch einen. Das tut mir aber leid. Gut, dass ich da nichts draufschreiben wollte. Gut. Dann... Attacke. Caro. Wem gehört denn der Dritte hier? Meiner. Wie heißt denn der? Weiß ich nicht. Bitte schreibt das genau so dahin. Wieso hat hier den Hund? Ich hab auch keinen. Willi? Ja, hier. Gib Ruhe jetzt. Das war ein Machtwort. Ja, echt so. Jetzt hab ich echt Angst. Wenn Caro mit ihrer gesamten Größe auf einen zukommt, ne? Vor allem die gesamte Größe bei Caro. Dann kannst du sie bitte in Ruhe lassen. Wow. Ist halt so gemein. Was denn das? Was denn das? Caro ist innerlich wiesig. Ja. Kleiner Körper, großes Herz. Ja. Das merk ich. Schnulz. 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 Das ist einfach nur die Wahrheit. Okay. LOL. Was ist das denn hier? Oh. Ein Baum. Wer hat denn hier bei der Farm? Ich weiß nicht. Was denn? Ich hab nen Stecken getötet. Es ist schon doll. Oh Gott. Es ist schon... Ecki! Ja, ich bin gleich jetzt. Eckbert. Eckbert, kommst du bitte. Ich bin gleich jetzt. Ich hab noch Platz für einen Hund. Eckbert. Gut. Hat jemand eigentlich Obsidia mitgebracht? Noch zwei Stück? Wir haben acht Stück. Ja, wir brauchen aber zehn. Ja. Wieso zehn? Weil man zehn mindestens für ein Tor braucht. Okay. Wir brauchen Never für unser Lagerfeld. Genau. Ich bin so schlau. Hat schon jemand ne Pizzhacke gemacht aus Diamanten? Nö. Nein. Dann mach ich jetzt eine... Ich geh Obsidian-Farmen, Spitzhacke. Ähm... Wo sind denn hier die Diapups da? Warum? Hoffentlich nicht. Okay. Warum doch? Was tupst du denn da oben? Ja, das hast du auch schon die ganze Zeit nicht gewonnen. Aber wo kommt das Essen her? Oh. Hab ich gesehen. Da kommt das Essen her. Ich hab Essen. Damit immer eine Sache nach dem anderen Ende. Hä? Hä? Wo kommt das her? Echt so? Haben wir hier überhaupt irgendwo in der Umgebung Lava oder muss ich jetzt ganz nach unten da... Ah nö. War da nicht direkt irgendwo Lava? Soll ich dich führen? War da nicht im Birkenwald Lava? Nee, ich lass mich von der nur nicht mehr führen. Warum denn nicht? Okay, komm, lass uns das tun. Lass es uns tun. Eke. Was willst du denn jetzt haben? Ja, zwei Obsidian. Ja, aber hast du Wasser? Nein, aber da unten ist doch Obsidian gewesen. Ach, da willst du nochmal hin, okay. Ja, warte, wenn das schneller geht mit Wasser, dann hol ich Wasser. Ich weiß nicht, inwiefern da schon Wasser ist beim Haufenstand. Außerdem ist es immer leichter, mit Wasser halt den ganzen Scheiß dazu zu machen, als wenn du das mit Steinen zubaust. Eki! Ja? Du, jetzt können wir nicht mehr an die Kiste ran. Ach, scheiße. Was macht denn Eki schon wieder? Eki baut einfach unsere Kisten zu. Warum? Wahrscheinlich mit ganz vielen Ecken. Nein, mit den Öfen. So, ich habe Wasser. Ja. Also ich habe einen Wassereimer, zwar kein Wasser, aber... Hat dein Name meinen Namen? Ich brauche Essen. Nein, auch nicht. Komm einfach, ich habe Essen. Okay. Essen, Essen. Nenn meinen Namen, nenn es Lasagne. Nimm, 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 nimm. Meine Tiere heißen überall Lasagne. Lasagne, okay. Lasagne Po. Nenn es Lasagne Po. Nein. Lasagne Po. Nein. Lasagne Po. Lasagne Po, Mexiko, Paris, Athen, auf Schnecke. Aufschnecke. 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 Keine Abschnecke. Aufschnecke. So, warte, Hendo, ich komme runter. Und da bin ich. Ja, dann komm her. Aua. Wie da einfach aus der Ecke so ein Pfeil kam und dich genau auf Po-Höhe getroffen hat. Ah, was findet er wieder mit? Ja, natürlich. Vor allem, hab ich dir bei dir auch vorne im Schritt hängen? Ja. Ja. Jetzt ist er weg. Oh. So, dann zauber mal. Der kann nicht, der muss lachen. Oh Gott. Warte, drunter musst du noch mal zaubern. Da musst du noch mal zaubern. Hm. Boah, ein Ding, er dreht sich so zu mir um. Hab ich den bei dir auch im Schritt hängen? Und ganz vorne einfach nur so ein kleiner Pfeil. Oh Gott, ich werd sterben. Nee, wir gehen jetzt wieder. Ich hab zwei. Ich dachte, du brauchst zehn. Ja, ihr habt doch noch acht. Weißt du, wo hast du acht her? Ja, hat mir irgendwer mal mitgebracht. Haben wir die nicht einmal aus, ähm... Haben wir aus einem Dorf? Ja, genau, stimmt. Aus einem Dorf. 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 Ich bin Dorf. Was dauert denn? Dorf. Was wird denn das? Dani? Was? Was wird denn das? Eine Erweiterung. Das ist schon alles richtig. Musikantenstadel? Oh ja, guck mal. Musikantenstadel? Oh ja, guck mal. Musikantenstadel? Alter, dieses Wort. Ich werd's immer mit Karin in Verbindung bringen in Zukunft. Musikantenstadel? Nice. Eki? Ja. Musikantenstadel? Musikantenstadel? Wo ist es? Lass es uns bauen. Oh Gott. Jetzt ist er noch weg. Ja. Wir können's bauen. Er kann uns nicht aufhalten, solange er weg ist. Oh nein. Das stimmt. Der Erste ist da. Oha. Warte, ich muss erst mal Eis prunzeln hier. Wo bist du denn? Wo ist denn? Wo ist denn Eki? Na? Was habt ihr vor? Gar nichts. Ich hab nix vor. Sie sehen mich nicht. Ich bin weg. Sie sehen mich nicht? Warum auf einmal so förmlich? Oh Tür. Ja, das frag ich mich auch. Eki, hast du was zu verbergen? Was? Was? Was willst du? Warte mit dem Kopf liegen dabei. Was? 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 Wie an der Nordsee da oben, ne? Was? Ja. Kann ich aufs da? An der Nordseeküste. Da, da, da. Eki, willst du es nochmal probieren? Am Blatt-Deutschen-Strand. Mit dem Hund? Mit dem Hund? Ja. Willst du es nochmal mit dem Hund probieren? Ich will es aber mit dem Hund probieren. Geil. Aber nicht mehr mit Willis. Nein. Elfriede? Wolfgang 2. Weiß ich nicht. Der erste Wolfgang gestorben? Das erfährst du in der morgenden Folge. Ja. Yay! Wir haben jetzt ein Nether-Portal. Das heißt, wir können ab der nächsten Folge mal ordentlich einen im Nether starten. Yay! Wer hat denn welcher Hund? Wo darf ich denn? Dieser hier noch. Elfriede ist meiner. Du musst den mit meinem versuchen. Pssst. Eki, du musst es mit meiner versuchen. Pssst. Pssst. Nein, da beißt man wieder. Mit Elfriede. Da, guck mal Elfriede. Nein. Komm her Elfriede. 100%ig. Hier, da ist sie. Der liegt. Zweimal. Zweimal. Oh. Ist bestimmt mit meiner. Oder? Ja. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm. Was machst du denn da? Oh. Also mir rennt da nichts nach. Ich glaube, das ist Willis. Das ist Willis. Ja. Ja. Das heißt, meiner ist die Mama. Ja. Ist ja auch ein Mädchen. Krass. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch einen kleinen Hundepups. Jetzt hat der schon zwei der Affe. Es ist. Es soll halt nicht sein. Eki, aber nicht jeder Hund springt direkt an. Kann ich die kleinen nicht hinsetzen? Na doch. Klar, du hast sie doch gerade hingesehen. Gut. Dreimal hingesetzt. Kann man die nicht hinsetzen? Das hat mir nicht angezeigt. Gut. Ich würde mal sagen, Leute, das war es mal wieder mit einer wunderbaren Aufnahmesession von Minecraft Karl mit den üblichen Leuten, ne? Ich habe eine Lampe gebaut. Ich bin nicht üblich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe sie abgebaut. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss. Ich habe eine Blumen. Tschüss. Tschüssi. Endlich sind wir wieder alle heil zu Hause. Wurde ja auch langsam mal Zeit. Und dann geht es auch direkt weiter mit der Nether Tour im nächsten Part. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.